Was gibt es denn Neues von Bosal? Ja, wir haben speziell für die Stahlgrube Leistungsschauen für unsere Initiative Katalysatoren mit Blauer Engel Zertifikat. Hier eine nette junge Dame, die versucht das Thema der Werkstatt näher zu bringen. Das heißt, unsere Katalysatoren sind alle Blauer Engel zertifiziert. Das bedeutet, dass wir dadurch sicherstellen und auch dokumentieren, dass die Lebensdauer der Katalysatoren bis zum Lebensende auf gleichem Niveau, also hundertprozentig, funktionieren. Es gibt günstige Teile im Netz, die eben nach sehr kurzer Zeit in der Leistungskurve nach unten gehen, durch geringere Beladung mit Edelmetallen usw. Und das haben wir eben mit der Initiative Blauer Engel mit mehreren Markenherstellern als Initiative für die freien Werkstätten gestartet. Und was ist der Vorteil für die Werkstatt? Ja, dass man eine Garantie hat, ein Qualitätsteil, das bis zum Lebensende funktioniert, dem Kunden ins Fahrzeug einbaut und somit zufriedene Kunden generiert. Sehr gut, vielen Dank!